Flops Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Dieses Mal zu meinen Tops und Flops von 2018. Ich habe dir in meinem letzten Video alle Bücher gezeigt, die ich 2018 gelesen habe. Und jetzt möchte ich dir die vorstellen, die mich besonders begeistert haben und die, die mich ziemlich enttäuscht haben. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit den Flops, dann haben wir das Schlechte hinter uns. Das sind, um genau zu sein, vier Bücher und welche das sind, zeige ich dir jetzt. Das erste Buch, was mich 2018 enttäuscht hat und was leider zu meinen Flops zählt, ist Nimmerlands Fluch von Salome Fuchs. Das ist eine düstere Version von Peter Pan. Hier geht es um Monster, hier geht es um das Schlechte im Menschen. Es ist ein sehr dünnes Buch aus dem Drachenmond Verlag und ich muss einfach sagen, dass ich mir etwas anderes versprochen habe. Ich fand, dass zu viel in diese kleine Geschichte reingequetscht wurde und es hat mir einfach keinen Spaß gemacht, es zu lesen. Ich mochte die Protagonistin nicht, deswegen zählt es leider zu meinen Flops, was ich persönlich sehr, sehr schade finde, weil ich mir so viel davon versprochen habe. Mein zweiter Jahresflop ist 54 Minuten von Marie-Genie kam. Gefühlt, jeder liebt dieses Buch. Dieses Buch wurde unfassbar gehypt, deswegen habe ich es mir dann gekauft, weil ich neugierig war. Und was soll ich sagen, ich fand es einfach nur nicht so packend. Es geht um einen Amoklauf in einer Schule. Dieser Amoklauf wird aus vier verschiedenen Perspektiven erzählt. Es geht um einen Schüler, der sich eben an seinen ehemaligen Mitschülern oder Lehrern oder was auch immer rächen will. Diese ganze Geschichte fügt sich eben aus diesen vier verschiedenen Perspektiven zu einem großen Ganzen zusammen, sodass du nachvollziehen kannst bzw. nachvollziehen sollst, warum dieser Amokläufer das tut, was er tut, was ihn dazu bewegt hat. Das ist eine, finde ich, sehr interessante Ausgangssituation, eine Geschichte so zu erzählen. Aber mir hat irgendwie, ich weiß nicht, mir hat die Spannung gefehlt, obwohl es so ein schlimmes Thema ist. Und deswegen tut es mir auch leid, zu so einem Buch zu sagen, es hat mir einfach nicht gefallen und es hat mich nicht so mitgenommen. Aber eine der Perspektiven fand ich komplett überflüssig. Eine andere Perspektive konnte ich null nachvollziehen. Und deswegen hat mir dieses ganze Buch einfach nicht gefallen. Also ich mochte es einfach wirklich gar nicht gerne. Leider auch zu meinen Jahresflops gehört Intrigo von Hakan Nessa. Das durfte ich verlosen und habe mit den Gewinnern von dieser Verlosung eine Lesegruppe gegründet. Und wir mochten das Buch alle nicht. Und lastige Sagtzen, in unserer Lesegruppe war wirklich von jedem Alter eigentlich jemand dabei. Also es war sehr gut gemischt, würde ich mal sagen. Und dieses Buch besteht aus vier verschiedenen Kleingeschichten. Aus Tom, Tod eines Autors, das ist das, was auch verfilmt wurde, in Liebe Agnes und die Wildorchidee aus Samaria. Die letzte Geschichte, die Wildorchidee aus Samaria, meine Güte, fand ich noch am besten. Aber alles andere hat mir nicht so gut gefallen. Ich konnte mich mit den Protagonisten dieser verschiedenen Kurzgeschichten einfach nicht anfreunden. Ich mochte den Schreibsi nicht, das war irgendwie so nüchtern. Ich finde es sehr, sehr schade. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Harkandessa damit vielleicht, ja, weiß ich nicht, Unrecht tue. Aber dieses Buch konnte mich null überzeugen. Ich habe mich durchgequält. Ja, deswegen siehst du es leider hier bei den Flops. Und zu guter Letzt noch Stille Nacht, mörderisch schöne Weihnachtstriller von verschiedenen Autorinnen. Und zwar von Beatrix Gurian, Manuela Martini, Ulrike Liefert, Bettina Brömme und Nora Miedler. Das kann ich mir wirklich nicht merken, deswegen musste ich es dir vorlesen. Das sind kurz, wirklich kurze Thriller. Fünf Stück, glaube ich, waren es, ne? Macht Sinn, sind fünf Autorinnen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich inzwischen für solche Jugendstriller auf diese Art, das ist mir wichtig, das zu betonen, zu alt bin und es mich deswegen nicht mehr so gepackt hat. Ich fand vier von den fünf Geschichten viel zu überspitzt. Also da dachte ich mir so, ja, ist halt null glaubhaft. Das mag ich nicht, wenn Thriller wirklich gar nicht glaubhaft sind. Ähm, die, das ging vor allem, also es war vor allem aus der Sicht von Mädels. Und ich mochte die meisten einfach nicht. Kennst du das? Also bei mir ist es echt so, für mich zählt ein Buch zu Flops, wenn ich wirklich keine der Figuren aus der Geschichte mag. Wenn ich mich in niemanden reinversetzen kann, dann ist es so, ja, okay. Eine Geschichte, wie gesagt, davon mochte ich ganz gern. Die anderen haben mich leider nicht überzeugt. Kommen wir nun lieber zu etwas Schönerem, nämlich zu den Tops von 2018, was unter anderem One of Us is Lying von Karen M. McManus ist. Das ist eine Geschichte, die vom Flair her genauso ist. We Pretty Little Liars, Riverdale, Gossip Girl. Später in einer Highschool und es geht darum, dass vier Schüler nachsitzen müssen. Diese Geschichte ist auch aus vier verschiedenen Perspektiven erzählt. Von der Streberin bis zum Supersportler ist alles dabei an Klischees, wie man zumindest am Anfang denkt. Und es geht darum, dass diese vier Schüler eben nachsitzen, zusammen mit noch einem fünften und dieser fünfte Schüler stirbt. Und diese vier Schüler müssen dann beweisen, dass sie damit nichts zu tun haben. Es ist so gut gewesen. Ich mochte es so, so gerne. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich selber wieder 16 und dachte mir so, oh, voll krass. Und vor allem hat jeder von diesen vier Schülern halt ein Geheimnis, was du im Laufe dieser Zeit, die du dieses Buch liest, wo du hinter dieses Geheimnis kommst. Was für ein Satz, meine Güte. Ich bin Lena und stelle Bücher vor und kann Sätze nicht beenden. Mega gut gewesen. Vielleicht gibt es das auch inzwischen als Taschenbuch. Ich weiß es gar nicht genau, aber ich kann es dir wirklich richtig ans Herz legen. Was ich 2018 auch richtig gerne gelesen habe, ist How Successful People Win von John C. Maxwell, wo es eben darum geht, dein eigenes Ich einfach ein bisschen zu fördern. Dass du aus dir selbst das Beste rausholst, dass du deine Denkweise ein bisschen veränderst, dass du fokussierter durchs Leben schreitest und dass du einfach versuchst, die beste Version deiner selbst zu sein. Das lernst du in diesem kleinen Büchlein. Kann man so natürlich nicht sagen. Du kannst nicht, nur weil du ein Buch gelesen hast, dich auf einmal komplett ändern. Aber mir hat es bestimmte Denkansätze beschert, die ich wirklich gut gebrauchen konnte. Und deswegen gehört das auf jeden Fall zu meinen Tops. Es ist auf Englisch. Ich weiß, es fragen immer so viele, wenn ich ein englisches Buch hochhalte. Gibt es das auch auf Deutsch? Ich glaube, das gibt es nicht auf Deutsch. Ich habe es zumindest nicht gesehen. Aber so etwas in der Art gibt es auf jeden Fall auf Deutsch. Kommen wir einfach mal direkt im Anschluss zu dem Kaffee am Rande der Welt von John Strzelecki. Das besitze ich leider selber nicht. Das habe ich nämlich geliehen bekommen. Da geht es nämlich auch darum, dass du dich mit dir selbst beschäftigst und dich fragst, was ist eigentlich das Ziel deiner Existenz? Was machst du da? Warum lebst du? Wer bist du? Und was möchtest du erreichen? Und solche Fragen, die du dir halt selbst stellen solltest, um bestimmte Ziele in deinem Leben zu definieren, haben mich 2018 schon beschäftigt und beschäftigen mich vor allem 2019. Was nicht heißen soll, dass ich ziellos durch mein Leben irre. Aber ich finde es immer interessant, sich damit einfach noch ein bisschen weiter auseinanderzusetzen. Und deswegen zählen diese beiden Bücher auf jeden Fall zu meinen Tops 2018. Vorm Hocker gehauen hat mich auf jeden Fall Seif, die Hüter des Todes von Neil Shusterman. Diesem Buch bin ich sehr lange aus dem Weg gegangen, weil ich eigentlich diese ganzen gehypten Bücher nicht kaufen wollte. Hat gut geklappt, wie du siehst, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe. Ich glaube, ich habe das auch mit einem Gutschein gekauft. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich habe in meinem Jahresrückblick total die scheiß Zusammenfassung von dieser Geschichte gemacht, wie ich dann im Nachhinein festgestellt habe. Stell dir einfach vor, dass Menschen eines natürlichen Todes nicht mehr sterben können. Was natürlich bedeutet, dass die Population auf der Welt explodiert. Bedeutet auch, irgendjemand muss sich darum kümmern, diese Population ein bisschen einzudämmen, damit es nicht komplett ausartet. Dafür gibt es die Scythe, die sogenannten Hüter des Todes, die nach bestimmten Strukturen vorgehen und Leute nachlesen, beziehungsweise töten. Nur nachlesen hört sich schöner an. So tut das auch einer der Scythe, der hier eine der Hauptrollen hat. Und der sucht sich zwei neue Lehrlinge aus, nämlich Sitra und Rovil. Und diese beiden sollen sozusagen beweisen, dass sie dieser Scythe-Ausbildung würdig sind. Die beiden wollen das aber eigentlich gar nicht. Und das ist eine gute Voraussetzung, um ein Scythe zu werden. Damit man eben diese Moral in sich trägt und nicht einfach sagt, ja, ich bring dich um und das ist mir eigentlich total egal. Und nur einer von den beiden kann am Ende aber diesen Ausbildungsplatz bekommen. Und darum geht es in dieser Geschichte. Es ist so unfassbar gut gewesen, dieser Schreibstil, diese moralischen Fragen, die du dir während des Lesens stellst. Meine Mutter hat das auch gelesen und meinte auch, sie musste es teilweise zur Seite legen, weil sie sich dachte, ey, das ist irgendwie, kann man sich echt vorstellen, dass es irgendwann so wird. Und man fragt sich immer, darf sowas passieren? Absolute Leseempfehlung. Animal Crumbs Staubchronik von Linderina dreht sich um Animal, die 1890 lebt und die es liebt, in ihren Büchern abzutauchen. Ihre Mutter will aber eigentlich am liebsten, dass sie sehr, sehr bald heiratet und so dieses typische, zu der Zeit zumindest typische, Hausfrauenleben startet. Das möchte sie aber überhaupt nicht. Und als ihr Onkel dann sagt, hey, komm doch einen Monat nach London, du kannst in der Bibliothek arbeiten, ein bisschen sozusagen neue Leute kennenlernen, ein bisschen aus deinem kleinen Leben in einer Blase rauskommen, nimmt sie das dankbar an und fängt an, in dieser Bibliothek zu arbeiten. Und dort trifft sie auf den Bibliothekar. Der ist super unfreundlich zu ihr, der ist muffelig, der ist so richtig ungehobelt und am liebsten will sie sofort wieder gehen. Aber sie zieht natürlich durch, weil sie sich denkt, ne, ich gehe nicht nach einem Tag wieder nach Hause. Diese Geschichte ist so wundervoll, wundervoll, so schön. Es kommen ein paar Probleme auf, die auch so ein bisschen, ja, typisch diese Zeit sind, würde ich mal sagen. Es ist nicht mal so, dass mega viel in diesem Buch passiert, dass ich jetzt sage, wow, du springst von Szene zu Szene und kannst gar nicht dabei atmen, weil du so aufgeregt bist. Aber es ist einfach nur so schön. Du liest dieses Buch und du bist selbst animate und stehst in dieser Bibliothek zwischen den Büchern und es ist so schön gewesen. Ich habe es hier nicht, weil ich es mir ausgeliehen habe, aber lass dir gesagt sein, ich werde mir dieses Buch auch noch kaufen, damit ich es hier über mich hinstellen kann und es nochmal lesen kann. Es ist so ein Wohlfühlbuch und war einfach nur schön. Zwei Bücher, die auch einfach nur schön waren, sind Göttersohn und Göttertochter von Jennifer Wolf. Das sind Teil 5 und Teil 6 der Jahreszeitenreihe. Falls du meine Videos schon länger guckst, weißt du, dass ich, wann immer es passt, diese Jahreszeitenreihe in die Kamera halte, weil ich so, so, so überzeugt davon bin, dass du es unbedingt lesen solltest. Es geht grob gesagt um Gaia, die Mutter der Jahreszeiten. Sie hat vier Söhne, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter und es geht eben darum, wie diese vier Söhne einen Partner fürs Leben finden sollen, wie es alles weitergeht. Es spielt in verschiedenen Jahrhunderten und diese beiden sind einfach nur so schön. Die sind dieses Jahr rausge... Dieses Jahr ist 2019. Letztes Jahr, 2018, rausgekommen. Haben mir so schöne Lesestunden beschert. Wie gesagt, ich sag dir nichts zum Inhalt, sonst würde ich spoilern. Kitschige Wohlfühlbücher. Ich liebe sie einfach. Zurück ins Leben geliebt von Colleen Hoover. Dreht sich um Miles und Tate. Die beiden lernen sich kennen und sagen sich, okay, irgendwie ist da so eine Anziehungskraft anscheinend zwischen uns, aber wir lassen keine Gefühle zu. Wir haben keine Beziehung in dem Sinne, wir haben einfach nur Sex. Sowas ist natürlich leichter gesagt als getan. Da kommen doch mehr Emotionen ins Spiel und vor allem tiefere Geschichten und Geheimnisse aus der Vergangenheit. Kann ich noch mehr zum Inhalt sagen, ohne dir was zu verraten? Ich glaube eigentlich nicht. Es ist eine Liebesgeschichte, die aber anders ist. Es ist eine Schicksalsgeschichte. Es ist eine Geschichte, die dich sehr berühren wird, zumindest wenn du gerne Liebesgeschichten liest. Ich dachte ja bis 2018, dass ich gar nicht so gerne Liebesgeschichten lese. Falsch gedacht. Ich habe dann Colleen Hoover kennengelernt und ich will auf jeden Fall noch mehr von ihr lesen. Dieses Buch hat mich sehr berührt, beschäftigt mich auch immer noch. Ich mag den Schreibstil sehr, sehr gerne, wenn man das zu einem übersetzten Buch sagen kann natürlich. Ich mochte die Charaktere und es war toll. Und es ist eins meiner Jahreshighlights. Deswegen siehst du es in diesem Video. Mein vorletztes Jahreshighlight war auf jeden Fall der Insasse von Sebastian Fitzek. Hier geht es um einen Vater, dessen Sohn seit einem Jahr verschwunden ist. Der Vater möchte Antworten finden. Und dann wird ein Mann verhaftet und kommt in eine Psychiatrie. Und die sind sich alle ziemlich sicher, dass dieser Mann etwas mit dem Verschwinden von dem kleinen Max zu tun hat. Und der Vater von Max sagt sich eben, ich kann so nicht weiterleben. Ich muss wissen, was mit meinem Sohn passiert ist. Und setzt alles darauf, sich selbst in diese Psychiatrie einzuschleusen. Als Patient. Deswegen der Insasse. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf. Das ist so eine geile Ausgangssituation. Dieses Buch fasst sich auch so cool an. Ich weiß nicht, ich glaube, das siehst du nicht. Aber das ist so wie gepolstert. Das ist ja hier so eine Polsterzelle. Wie heißt denn das? So eine Gummizelle, soll das sein. Und das ist so richtig gepolstert. Ist ja auch wurscht. Dieses Buch hat mich wirklich, also ich habe teilweise den Atem angehalten. Es kamen wieder Wendungen, mit denen ich nicht unbedingt gerechnet hätte. Beziehungsweise diesmal konnte ich mir ab einem gewissen Zeitpunkt denken, wie die Geschichte, also wie die Auflösung ist. Hat mich aber null gestört. War wieder wirklich einfach ein sehr, sehr guter Thriller. Ich finde eins seiner besten Bücher auf jeden Fall. Ja. Solltest du es noch nicht gelesen haben und Thriller mögen, wag dich ruhig ran. Das passt schon. Das war schon gut. Und mein letztes Jahres-Highlight war, ich beobachte dich von Chevy Stevens Wurst, um Lindsay und ihre Tochter Sophie geht. Lindsay flieht mit ihrer Tochter vor ihrem gewalttätigen Ehemann. Der Ehemann kommt auch ins Gefängnis. Und die beiden leben halt dann so ihr Leben, ne? Und denken sich, okay, jetzt können wir endlich wieder durchatmen. Ja, falsch gedacht. Dann kommt nämlich der Vater irgendwann aus dem Gefängnis raus. Sophie ist inzwischen 17 und Lindsay denkt, wow, mein Leben hat endlich eine Form angenommen, mit der ich zufrieden bin. Ja, und dann kommt er eben raus. Und sie hat natürlich furchtbare Angst, dass er Kontakt zu ihr aufnehmen könnte, dass sich diese ganzen Schreckens-Taten wiederholen. Diese Geschichte ist abwechselnd aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart erzählt, wie es für Chevy Stevens üblich ist. Und du erfährst eben, was in der Vergangenheit passiert ist und was Lindsay jetzt passiert. Wie sie mit dieser Angst umgeht, wie sie versucht, ihre Tochter zu schützen. Diese Angst und alles, was an Emotionen in Chevy Stevens Büchern geschrieben wird, überträgt sich so krass auf den Leser. Jedenfalls auf mich. Ich kann ja immer nur von mir sprechen. Ich weiß, dass es meinen Mädels, die diese Bücher gelesen haben, genauso geht. Du liest dieses Buch und fühlst dich, als wärst du Teil dieser Geschichte. Du hörst irgendwo ein Geräusch beziehungsweise im Buch wird ein Geräusch beschrieben und du schaust dich automatisch um, weil du denkst, irgendwas hat gerade auch an meiner Tür gekratzt. Und ich finde, das ist auch das, was Chevy Stevens Bücher so besonders macht. Diese Emotionen und diese Angst, die sich überträgt. Und deswegen gehört das zu meinen Jahreshighlights. An sich fand ich die Geschichte an manchen Stellen auch so, dass ich von einem bestimmten Charakter sehr genervt war. Aber trotzdem hat sie mir so gute Lesestunden beschert, dass es bei den Tops nicht fehlen durfte. So, mich würde wie immer interessieren, ob du eins der Bücher, die ich gezeigt habe, schon gelesen hast, ob du vielleicht eine komplett andere Meinung zu einem Buch hast. Ich weiß, dass zum Beispiel Toni vom Kanal Toni Pior, die mochte ja 54 Minuten richtig, richtig gerne. Sag mir gerne, was deine Jahreshighlights, was deine Flops waren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, hab es fein. Ciao.